Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey und heute ist es leider so energiegeladen, wie ich jetzt den Anfang gesprochen habe, wird es leider auch ein bisschen negativ in diesem Video. Wir haben natürlich keine gute Zeit aktuell, der Bitcoin ist über den 8 mega abgerutscht, aber ganz auf der Seite gesehen, dass der ganze Assetsmarkt, nicht nur wir, also im Kryptowährungsbereich, Aktien, alles andere mit Ausnahme Öl und Gas, aber alles andere ist mega am Crashen. Der russische Börsenmarkt, 50% innerhalb von ein paar Stunden runtergefallen, das muss man sich mal vorstellen, das sind wir mit dieser knapp 10%, glaube ich, waren das in Bitcoin, super dran. Ich möchte aber heute einiges Wichtiges durchgehen, weil es wird auf jeden, also ich bin sehr, sehr, sehr stark der Meinung, dass wir weiter runtergehen werden als vermutet, gebe ich dann auch noch eine Begründung dazu, warum ich das vermute und warum ich mich vorbereite, auf richtig gut einzukaufen. Da kommen wir auch gleich auf die Kaufengelegenheit da dazu. Ich möchte das noch alles jetzt nicht verschönern, was Krypto sagt. Wir haben eine richtig schlechte Situation. Und das, was auch noch kommt, warum es so wichtig ist, das ist ein sehr wichtiges Thema, warum du auch unbedingt dranbleiben sollst oder solltest, weil ich werde dir die Wichtigkeit deines Vermögens, deines Geldes in Kryptowährungen zu Zeiten wie diesen jetzt mal so richtig klar machen, auch wenn der Markt blutet. Wir vergessen nicht, wir haben die Möglichkeit, dass wir diesen US-Tether oder ähnlichen Stablecoin tauschen, damit wir halt nicht weiter Minus machen. Aber auch im blutenden Markt, wirst du dann eine Begründung von mir kommen, die in der Vergangenheit schon mal dasselbe Problem hatten. Das kann genauso dich, mich und andere treffen, wenn du einfach zu viel oder zu wenig Geld in Kryptos hast, wo nicht du, also es gibt ja Banken und alles andere, da bist in Wirklichkeit ja gar nicht du her. Und das schauen wir uns aber gleich an und da möchte ich dir sagen, warum ich es persönlich wichtig sehe und auch einer der wenigen Gründe ist, warum ich mehr als 90 Prozent meines gesamten Vermögens eigentlich in Kryptowährungen habe, beziehungsweise ein bisschen was in Uhren und ähnliche. Aber das schauen wir uns an. Du wirst da wirklich sehen und zwei Beispiele jetzt von mir dann bekommen, wo du einfach ein bisschen schlucken wirst und denkst, okay, wenn das so wäre und das kann jeden von uns. Also wir haben halt das. Genau, und auf was möchte ich hinaus? Wir haben gerade sehr, sehr viele Leute, ich bekomme Nachrichten, sie haben Panik. Hey, es passiert ja nicht nur das, wir haben die EU, die kommt 2025, Bitcoin-Verbot. Da kommen wir auch ein bisschen näher darauf ein, weil Bitcoin-Verbot, so wie es angezeichnet oder wie es angestrebt wird, ist es nicht. Da komme ich noch einmal mit einem eigenen Video dazu. Aber natürlich Panik. Wir haben Krieg, wir haben Bitcoin-Verbot, was angekündigt wird. Die Leute wollen verkaufen, sind Panik, ist jetzt raus. Besser jetzt oder nie, weil wir könnten ja alles verlieren, Leute. Es ist aktuell ein absolut schlechter Zeitpunkt. Und warum sage ich das? Wir haben ein Momentum der Angst, der Furcht, der Verzweiflung durch den Krieg, durch vielleicht auch, weil die Leute sagen, hey, es kommt ein Verbot. Und dieses Momentum, was wir hier gerade haben, da heißt es jetzt für dich, Ruhe bewahren. Dieses Momentum darfst du nicht jetzt dafür nehmen, dass du deine Angst, deine Verlustangst vielleicht von deinem Geld, was du in Kryptos hast, dass du das jetzt nimmst und die Verluste mit hinnimmst. Es ist ein absolut schlechter Zeitpunkt, aufzusteigen. Und aus diesem Momentum waren wir schon mehrmals. Wir waren vor 2020 mit der weltweiten Situation, was das Virus angeht, haben wir dasselbe gehabt. Da hat es auch, wir waren bei 3.800 Euro zurück. Und das war halt Wahnsinn. Jeder hat gesagt, ich soll aussteigen, wir für allen auf Null und Ähnliches. Lasst euch von so einem Momentum bitte nicht mitziehen. Absolut nicht. Wir sind jedes Mal wieder in die Höhe. Und ich sehe da jetzt auch eigentlich keinen anderen Weg, außer dass wir einfach eine gute Chance, es klingt jetzt blöd, ich möchte das auch nicht so als gute Chance nennen, aber wir im Kryptowährungsmarkt, im Assetsmarkt, können sehr günstig einkaufen. Dürfen wir aber bitte nicht vergessen. Wir haben jetzt dieses Momentum der Angst, der Furcht, wo wir vielleicht sehr viel Minus haben oder teilweise Minus haben in unseren Kryptowährungen, Assets oder Portfolio. Und wir wissen aber, für uns geht der Weg hinauf und alles ist wieder gut und wir werden sich freuen. Das, was hier gerade im Osten passiert, vor allem in diesen einen, ich möchte nicht zu viel darüber reden wegen dem YouTube-Algorithmus und Ähnliches, aber da steht das alles anders aus. Die haben diese schlechte Situation gerade und die wird sich auch nicht so schnell bessern. Das heißt, das wird sehr, sehr langfristige Folgen haben in diesem Land, was man natürlich auch beachten sollte, wie gut es uns eigentlich geht. Wir haben vielleicht jetzt ein bisschen Verlust aktuell, aber ich hoffe, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Es ist jetzt einfach so, dass bei uns geht es wieder in die Höhe und wir haben nachher unser Krypto Plus, aber dort wird einfach sehr, sehr viel passieren noch, was die Menschen auf längere Zeit gesehen natürlich schädigen wird. Aber kommen wir dazu einmal, genau, was habe ich mir aufgeschrieben? Kommen wir zu dem Punkt, was ich sage, Wichtigkeit der Kryptos und warum, dann kommen wir auch gleich zum Nachkaufen der Kryptos, warum ich sage, wir sollten sich jetzt eher oder mehr als je zuvor darauf vorbereiten. Aber die Wichtigkeit der Kryptowährung, warum man unbedingt Geld in Kryptowährungen halten sollte, Ich habe jetzt gerade die Ansprache des Präsidenten des angreifenden Landes eben gehört und das ist natürlich gerade nicht sehr schön mit Drohungen, mit den schlimmsten Waffen, was er zum Einsatz bringt, wenn sich jemand anderer einmischt und ähnliches. Aber was mich noch eher schockiert hat, dass das Land, was angegriffen wird, also die Flüchtenden, die sind eingeschränkt, dass sie Geld auf der Bank abheben können. Und das darf nicht passieren. Jetzt hast du dir ein Vermögen oder einfach ein gutes Sparpolster zum Beispiel für schlechte Situationen auf die Seite gespart, dann kommt so eine Situation, wie sie jetzt dort gerade ist und du bist limitiert auf die Verfügung deines Geldes. Und Leute, das ist wirklich nicht schön. Das kann dir nur passieren, wenn du dein Geld auf der Bank hast. Wenn du dein Geld in Kryptoassets hast, auf einen Ledger, auf einen Metamask oder wie auch immer, bist du her darüber, kannst überall hinfliegen, kannst machen, was du willst, du kannst flüchten, du kannst überall darauf zugreifen, und kannst dieses dann auch in richtiges Geld umtauschen oder damit Sachen bezahlen. Und rechnen wir zurück, wir hatten doch dasselbe Problem damals in Griechenland. Die Leute konnten nur eine gewisse Mindestsumme ab oder Maximalsumme abheben und das Rest wurde ihnen einfach blockiert, egal wie viel sie auf der Bank hatten oder nicht. Das heißt, bevor hier einfach das ganze Cash abgehoben wurde und das ganze System zusammenbricht, haben sie gesagt, nein, wir limitieren das. Und lass dir das bitte durch den Kopf gehen. Es kann, und das soll jetzt kein Scherz oder Ähnliches sein, es kann auch auf dich oder mich zutreffen, wenn hier eine Eskalation stattfindet. Und wir brauchen jetzt nur daran denken, die Rede des Präsidenten, was der heute gesagt hat. Wenn das wirklich so ausarten sollte, dann würde ich eh Ähnliches sehen. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Ich bin da eher noch in diesem Bereich, eher so, dass ich sage, okay, hoffentlich deeskaliert alles und alles passt, weil sonst würde ich auch flüchten. Bin ich froh. Kann ich das bisschen, was auf der Bank liegt, ist in Ordnung für mich. Das werden sie mich wahrscheinlich auf der Bank abheben lassen. Wenn nicht, habe ich auch keinen Stress, dass es dabei liegen bleibt, aber ich flüchte mit meinen ganzen Kryptos und bin auch glücklich danach. Das ist eben so der Anfang, den ich jetzt mal reingeben wollte. Dazu kommt halt natürlich noch dieses anstehende Bitcoin-Verbot. Leute, ganz kurz, ich mache dazu noch ein Video. Es wird nicht so verboten sein, dass du oder ich einen Bitcoin halten darfst oder nicht mehr halten darfst. Das wird nicht sein. Es geht hier eher um das Mining und es geht hier eher um den Handel, also Firmen, die den Handel der Bitcoins. Es ist auch nicht der ganze Kryptowährungsmarkt betroffen, sondern nur Proof-of-Work-Coins. Das wäre zum Beispiel der Bitcoin. Weil da geht es um die Energie. Die EU sagt, okay, das kostet viel Energie und haben sich aus Deutschland Grüne, SPD und Linke und so zusammengetan und gesagt, das darf nicht sein, wollen wir verbieten. Das heißt, das Mining und der Handel, also europäische Firmen, die hier eben sitzen oder Kryptofirmen, die dürfen das hier nicht mehr machen. Die würden sich einfach aus Europa verziehen und würden woanders das aufmachen und Sache ist erledigt. Also so ist es nicht, dass du dann damit keine Bitcoins mehr halten darfst. Das Verbot wird einfach zu extrem, gerade in den Medien natürlich wieder negativ dargesprochen. Dass du da auch das hast, dass wir das kurz ansprechen. Genau, das wäre mal das gewesen. Und da kommt aber noch ein eigenes Video dazu, was ich noch im Detail darauf eingehe, auf den Gesetzestext, also so wie dieser Gesetzesentwurf entstanden ist. Schauen wir aber jetzt ganz kurz zur Prognose, weil ich sage ja, nachkaufen. Leute, seid vielleicht ready und jetzt meine ich wirklich ready, dass Guthaben auf den Kryptobörsen liegt und dass ihr wirklich sagt, ihr könnt auf Knopfdruck einfach tauschen. Eure Euros, wie auch immer, in Kryptowährungen umtauschen, weil wir werden nach und nach vielleicht einen Boden jetzt irgendwann sehen. Wird vielleicht nicht in der schnellsten Zukunft sein, aber je nachdem, wie es noch weitergeht in der weltweiten Situation jetzt, wie weit das noch eskaliert, können wir noch ein richtiges Stück fahren. Und warum meine ich noch ein richtiges Stück? Da gehen wir auch ganz kurz ins Screen Monitoring bei mir. Wir haben ja das hier oben. Wir sehen hier, wir sind ja jetzt eigentlich nur von gestern auf heute, wo die Ankündigung war, waren das einfach mal 8%, 8,85%. Ich wollte gestern noch einen Short Trader eröffnen, weil ich mir gedacht habe, okay, wir werden hier, haben diesen Fake Out hier gehabt und von diesem Fake Out wären wir jetzt wahrscheinlich runter und werden hier dann antischen, wenn wir das jetzt weiter in die Höhe ziehen. Damit wir dann wieder in die Höhe gehen. Okay, hätte ich den gemacht, ich war wirklich schon kurz davor, ein 20x mit 20x Hebel zu machen, habe ich aber nicht gemacht. Aber warum sage ich, wie weit können wir noch fallen? Und wir sind aktuell, sind wir noch so, dass wir sagen, oder ich der Meinung bin, okay, hier, diese Linie ist mein Liquidationspreis, deswegen habe ich hier kurz darüber ein Compounding gemacht. Aber der Worst Case sind diese 29,250 circa. Und hier habe ich dir schon mal gesagt, da wechsle ich ganz kurz einfach mal in den Tagescharts hinein, weil dann sehen wir das ein bisschen besser. Das sind einfach so unsere letzten Supportzonen. Die massiven Supportzonen, wie du hier siehst, die waren richtig gut und die würden wir hier halt dann noch einmal erreichen. Und da sehe ich aktuell, aktuell noch unseren Boden. Im Tagescandle sieht man auch, wir werden gerade rejected. Eigentlich, und das ist, man sieht, mein Liquidationspreis ist ganz, ganz knapp unter der großen VPVR. Und da sieht man wieder, wie wichtig diese VPVR als Unterstützung und Widerstand sind. Und sogar bei den großen Knall jetzt über Nacht, trotz der Ansage, was es hier gab, haben wir die Unterstützung bei dieser VPVR gehabt hier und sind hier einfach kurz gebounced. Dann sind wir zwar jetzt zwischendurch noch einmal weiter hin. Ah, Entschuldigung, da habe ich mich gerade verdannt. Sorry, wir sind schon hierher gebounced gestern in dem Bereich und über Nacht sind wir hinunter. Aber wir haben uns, diese große VPVR hat uns hier gerettet. Und genau, sollten wir hier runterkommen, sieht es natürlich für einen leichten Weg aus, dass wir diese Worst-Case-Situation hier erreichen. Und dann würde ich echt überlegen, dann sollte man wirklich schauen, wie man vorgeht. Weil ich wäre jetzt der Meinung, ich würde eine zweite Pares-Short-Position hier nach unten eröffnen. Weil wenn wir diese unterbrechen, dann wird es halt hässlich zumindest einmal bis zu den 29.200 circa da. Also was ich hier eingezeichnet habe. Aber sollten wir weiter runtergehen, dann kann ich eigentlich nichts sagen. Dann könnte hier diese 20.000 unser nächstes Support-Level werden. Du siehst, wir haben hier, ab dann haben wir eigentlich nicht viel. Wir würden uns hier einmal bei 24, 25 kurz aufhalten. Das heißt, mein Chart-Analyse wäre so, dass wir runtergehen. Dann hier ein bisschen bounce und bounce. Und dann würden wir vielleicht nochmal runtergehen, wenn sich nichts bessert. Und das würde ich so als Worst-Case aktuell sehen. Und in diesem Bereich, entweder hier oder hier, das heißt irgendwo bei den 25.000 bis 20.000 Dollar in etwa. Wenn man da noch nichts oder noch nicht davor schon eingekauft hat, haben wir hier die Möglichkeit. Weil Leute, und das werdet ihr sehen, in einigen Jahren, und wir reden jetzt, wenn sich die Welt wieder ein bisschen beruhigt hat und ähnliches, werden wir zurückschauen und sagen, okay, 25, 20, 30.000, hätte ich damals doch Bitcoins um diesen Preis gekauft. Das ist einfach etwas, wo ich sage, das darf man nie außer Acht lassen, wo die Zukunft damit hingeht. Und es ist, wie man heute wieder gesehen hat, und das ist das, was ich sagen will, Kryptowährungen sind ein sicherer Hafen. Trotz der Volatilität hast du immer, bist du die einzige Person, die darüber Handhabe hat und damit mit dem Geld machen kann, was du möchtest. Das kannst du mit dem Geld auf einer Bank nicht machen. Auch wenn ich mir selber oft denke, okay, ich habe Geld sehr wenig auf der Bank oder relativ halt für meine Verhältnisse, sehe ich, wenn ich solche Nachrichten wie heute sehe, es wird verweigert, dein ganzes Geld abzuheben, weil du vielleicht das Land verlassen möchtest oder wie auch immer. Das ist natürlich wirklich schade. Also merkt euch das Level aller Worst-Case. Also einmal bei 29 sollten wir diesen Support nicht halten. Dann sehe ich noch einmal 25 bzw. 20 wäre das Worst-Case. Dann wäre ich aber auch, ich kann nicht eine Trading-Position von 41.000, die aktuell noch auf Long ist, runter compounden, bis zu 20.000 wäre hart. Also ich würde mich bei 29.000 bei der Worst-Case-Situation dann die Frage stellen, ob ich nicht dieses Minus rausnehme und einen sehr, sehr großen Short-Trade eröffnen, um mir das Minus wieder zurückzuholen. Würde ich aber alles in der Videobeschreibung bzw. in meiner Telegram-Gruppe, die du in der Videobeschreibung findest, dann auch so im Detail mitgeben. Aber alle anderen Dinge, die ich zwischendurch so mache, werde ich auch noch sagen, wenn ich mir vielleicht einen Teil, also Profit nicht, aber einen Teil meines Verlustes jetzt hinausnehme, damit das Compounden leichter fällt, sollten wir doch noch etwas weiter runtergehen. Das ist alles in der Telegram-Gruppe. Ich würde mich freuen, wenn du hineinkommst. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Hoffen wir auf bessere Zeiten, hoffen wir auf mehr Frieden, weil es gerade wirklich nicht schön anzusehen ist. Ciao, ciao, bis hoffentlich zu einem nächsten positiveren Video.